hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play arc of the ninja ich stelle mal schnell den timer an nimmt den button knopf drückt an so ok timer läuft das heißt wir haben jetzt 15 minuten ich habe erstmal eine doppel folge gemacht natürlich voll mit absicht weil damit ihr das spiel sehen könnt und damit ich um eure meinung fragen kann die ich am ende doch sowieso nicht beachtet weil ich jetzt sowieso schon spiele bevor ich eure meinung gehört habe ich bin nicht da ich war es nicht gewonnen dass dann machen wir das so was soll wenn ich sie jetzt hier einfach los das dann ist der körper versteckt gut set point you picked the wrong guys to rob sensei it's time for the old man to retire boys okay dem kerr geht erst mal ein ab jetzt sehen wir noch hammer 4 okay jetzt schau nicht die ganze zeit nach links und rechts in der herren und ich 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 es ist es ist So. I foresaw this day would come. And so. I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost. There are no enemies killed. How do I get that? I had to kill people from the tutorial. I don't care. Use the breathing techniques I taught you. They will ease the pain. Let me tell you the story of the Ink and of the champions who came before you. Before the restoration, as the other clan strayed and disbanded, a merchant sold us a secret. He led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys himself. And the clan swore to go to death. We must act quickly. Count Karajan is the head of Hessian services. He is responsible for the attack on our clan. His tower stands behind ring upon ring of security. You must kill him before he can attack again. Well... I'll leave you there in the middle of the cave. If you do this... Well... Let's do this... Let's do it like this. These buildings are protected by high tech trip wires. But you can wreck them all with this simple bamboo dart. Was ist das denn hier? Ich bin sicher, dass ich da nicht irgendwie eh oder was? Okay. Die Mane Transformer sollte nebenbei. Destroy that, and you'll bring down all the lights. For a time. Watch. The alarms switch off when the guard walks past them. Or, when he's dragged past them. Was that rattle coming from the vents? Ich bin nicht da. Geh weg. The Transformers should be close. But be careful. The catwalks are crawling with guards. Okay. The Transformers should be close. But be careful. The catwalks are crawling with guards. Oder ich muss mich einfach nur beeilen. Dreh dich. Oder war das nur ein Bug, der mich gesehen hat? Weil im Endeffekt sollte ich ja hier unbemerkt sein. Siehste? Oder ich bin irgendwie auf die Gekommen, das kann ich nicht sagen. Wer ist da? Niemand. Dreh dich selbst. Dreh dich selbst. So far so good. Okay, dann lass mich mal kurz gucken. Hier oben gibt's X, oder? Okay. Ja, ich hab Space gedrückt. Aber egal. So. Ausgeschaltet. So. 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 Oh. Okay, den Raum kenne ich schon, deswegen rush ich da jetzt durch. So. Achso, andersrum. Der kann noch hier stehen bleiben, jetzt lass mich da drüber, dankeschön. Jetzt, hier. Ich kann die Steuerung immer noch kein bisschen. Naja. Okay. Let me tell you the stories of the birth of the mighty Hisumu Clan, from the time of our first and greatest master, Tetsuji. Tetsuji, the greatest ninja of Clan Hisumu. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne.